Am Start steht jetzt die Startnummer 9, Steffi Wenzel mit Zinsen. Bereithalten sich bitte die 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Wenn du meinst, dass dem Hund oder dir das hilft, guck gerne mal nach dem Hund. Aber ich hab jetzt nur gedacht, die ist ja auch so, wenn Fremde jetzt an dir rumpatschen, dann ist die glaube ich nicht glücklich. Nein, nein, das möchte ich lieber. Also wenn es nicht ein Ding sein muss, dann laufen wir es wieder. Rüber! Das sind die nicht so süßig. Ich mag das Pollen auch eh gerne. Also ich meine, ich würde jetzt nicht als Perfeste hier mit dem Schirm. Ich finde, das ist jetzt nicht so die Rasse, die man sich fürs AG kaufen würde, aber ich mag die einfach gerne. Das war leider ein Ding. Dabei sein ist alles.